Halle, 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 Hall ja auch das Totopokalspiel dazwischen war und ich sag's jetzt mal hart der positive Aufwärtstrend geendet, drei Spiele nur einen Punkt geholt aus dem Pokal rausgeflogen quasi vielleicht für zwei Jahre DFB-Pokal aus in dem Sinn also eigentlich ein richtig gebrauchter September, oder Flo? Ja, also ganz so negativ wie Sie es jetzt nicht sehen du hast natürlich recht, die Fakten hast du ja genannt einmal Pokal aus, extrem bitter einmal unentschieden gegen Essen und einmal eine noch bittere Niederlage gegen Sandhausen, die Gründe werden wir ja noch erläutern, warum das so bitter war Weißen zwei Scheißvereine sind Ein Grund, ja, sehr gut aber im Großen und Ganzen die Gefühlslage, wir hatten sie ja im Vorgespräch auch so ein bisschen angesprochen, ist jetzt bei mir persönlich gar nicht so negativ obwohl die Nackentatsachen natürlich jetzt nicht so prickelnd sind, aber ich habe weitestgehend ein gutes Gefühl noch ich glaube, dass die Jungs sich langsam finden ich glaube, dass der langfristige Prozess stimmt und wir haben jetzt eine Niederlage in der Liga wir haben natürlich auch eine schwere Aufgabe jetzt vor uns ein Top-Team der Liga Aue schauen wir mal, wie es danach ausschaut aber ich bin momentan noch gar nicht so negativ gestimmt dass ich jetzt sage jetzt ist der größte Rückschlag jetzt ist jetzt sind wir jetzt sind wir Mittelfeld der Liga angelangt nee, wir müssen jetzt erstmal schauen dass wir uns stabilisieren weiter und dann auch die notwendigen Punkte einfahren also das war dann die Sondersendung schönes Fazit ja also mir gehen die zwei Niederlagen total an die Nieren ich weiß nicht, mich hat das Ingolstadt-Spiel schon so ein bisschen gebrochen weil es mich ich weiß, wer diesen Aftermatch-Talk gehört hat ja auch ja, total aufgelegt hat dass wir die erste Halbzeit aus meiner Sicht auch taktisch verschenkt haben und so lange gewartet haben bis wir taktische Fehler korrigiert haben und dann trifft man auch da nicht obwohl du dann noch beste Chancen hattest gegen Essen muss man sagen auch die haben uns in der ersten Halbzeit brutal aus dem Spiel genommen als würden die genau wissen wie wir da angetreten sind immer in der Halbzeitpause von Essen habe ich dann schon den habe ich den Witz gerissen und ich finde er hat auch ein bisschen Wahrheit unser Scouting besteht wohl in der ersten Halbzeit des Spiels selbst und nicht, dass wir vorher uns irgendwie auf den Gegner vorbereiten weil es war schon jetzt die letzten Spiele echt eklatant zu sehen dass die Gegner sich perfekt auf uns vorbereitet haben und wir anscheinend nicht also oder wir haben uns natürlich bestimmt haben wir uns vorbereitet aber wir haben keine Idee gehabt wie die auftreten also die haben uns auf dem 3D-Schachbrett besiegt die erste Halbzeit und auffällig war halt bei Ingolstadt und Essen Sandhausen war es dann besser finde ich dass wir in der zweiten Halbzeit nach den Wechseln eben viel besser ins Spiel gekommen sind und eigentlich dann auch hätten bei beiden Spielen gewinnen können vielleicht in Ingolstadt müssen bei Essen war es dieser Lucky Punch den Ganaus in der weiß ich nicht 91. Minute auf dem Fuß hatte aber das heißt In-Game-Coaching funktioniert aus meiner Sicht also das fand ich auch schon die ersten welchen Spieltag haben wir steht nicht da die ersten sechs Spieltage davor oder was das war das ist In-Game-Coaching und die Wechsel eigentlich alle oft Sinn ergeben und aber die ja keine Ahnung die Grundeinstellung mit dem wir in dieses Spiel gehen fühlt sich immer so an als hätten wir den Gegner nicht richtig gelesen und das ist finde ich aus taktischer Herz aus taktischem Herz ja das macht mein taktisches Herz kaputt und ich finde gegen Sandhausen haben wir es aber besser gemacht ja da sind wir super gut ins Spiel gekommen hätten eigentlich 3-0 in Führung gehen müssen und da kommen dann wieder diese uralten Problematiken zurück dass unsere Verteidigung im Sekundenschlaf verfällt also das hattest du jetzt die ganze Saison bis auf 1-2 Ballerschnitzer ja und vielleicht Bräunig ähm im Totopokal ganz am Anfang aber sonst ist die Verteidigung ja eigentlich stabil gewesen und diesmal verliert sie uns auch das Spiel mit so zwei haarsträubenden Toren jetzt habe ich so viel reingebracht aber ähm ja Rückfall in der Alte Muster vorne und hinten ja um um einen Punkt also mal aufzugreifen was du gesagt hast ähm Spiel zu Beginn äh erste Halbzeit eher schlecht das traf ja auch auf das Spiel vor Ingolstadt noch zu auf Duisburg das haben wir dann durch die die Wechsel ziemlich gut abgefedert Ingolstadt Essen stimme ich dir zu wobei Essen natürlich durchweg äh schlecht war irgendwo auch also da haben wir überhaupt nicht ein Spiel gefunden und da muss man auch glücklich sein dass wir den Punkt mitgenommen haben äh und Sandhausen ist da das komplette Gegenteil gewesen da haben wir eigentlich von Beginn an äh eher den Gegner uns äh unser Spiel aufgedrückt hängt also wenn man das ganz polemisch sagen will kann man es natürlich auch sagen schauen wir einfach mal an wer gespielt hat ja ähm man kann natürlich sagen vielleicht hat eine andere Sturmspitze namentlich Noah Ganaus gegen Sandhausen eine andere Dynamik entfaltet als jetzt Elias Hut die letzten drei Spiele davor der da immer gestartet ist und ähm vielleicht hat da das Zusammenspiel vielleicht hat man sich auch was anderes vorgenommen besser funktioniert ähm auch Ganaus gegen Duisburg äh gegen Ingolstadt ähm hat er auch angefangen das stimmt schon also da hat er aber auch nichts gebracht also da hat er auch seinen Aussetzer gehabt ähm insofern will ich das natürlich jetzt nicht in der Person festmachen aber irgendwo haben wir immer reagiert während jetzt jetzt gegen Sandhausen es immer so war dass wir eigentlich und das können wir dann im Detail nochmal nachvollziehen dass wir eigentlich die Wechsel in Sandhausen uns ein bisschen aus dem Spiel genommen haben finde ich jetzt bei so einer zweiten Halbzeit ich hab das ja auch kommentiert äh da haben uns die irgendwie so ein bisschen gehemmt was diese Wechsel also insofern über den Kammstein lässt sich's nicht aber irgendwas machen die Wechsel mit uns und ähm gegen Sandhausen hat's halt nicht funktioniert Verteidigung stimme ich dir natürlich vollkommen zu diese Fehler dürfen nicht passieren ähm das 1 zu 0 vor allem nicht wir können's dann gerne du hast ja auch äh das Spiel äh schon in so 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 Zeitlupen schon analysiert die Zuordnung werden wir da nochmal thematisieren das 2 zu 0 mein Gott das passiert halt weil wir einfach aufgerückt sind das will ich jetzt das ist zwar auch ärgerlich vor allem weil gerade das 2 zu 1 danach da nochmal fällt aber das mal passiert halt dann das da ist mein Schmerz vorüber das Schmerz der Schmerz zum 1 zu 0 der ist immer noch nicht ganz verraucht weil das ist echt ziemlich beschissen gelaufen ja dann dann greife ich das gleich auf ich hab's ja hier auch draufgeschrieben auf dem Blatt weil ähm ja genau Ballas und Bulic behindern sich beim Kopfball gegenseitig also da kommt so eine Bogenlampe und nur einer von den beiden muss es eigentlich verteidigen dann latschen sie sich gegenseitig zusammen dann fliegt der Ball ähm auf den Flankengeber und dann stehen drei Leute dumm rum ja sie haben wenig Zeit das zu verteidigen aber sie sind auch nicht energisch auf den Gegenspieler drauf gekommen der legt natürlich eine butterweiche Flanke weil unbedrängt kann das auch manchmal sogar ich und äh in der Mitte steht halt Salah und bückt sich also das ist halt also ich würde sagen vier Leute mit einer brutalen Arbeitsverweigerung und ich möchte der Mannschaft das nicht unterstellen aber ich meine du darfst halt nicht einfach mal 30 Sekunden mit der halben Mannschaft komplett blackout haben mich wundert es dass äh aus dem Grund weil wir eigentlich in den Spielen davor extrem sicher standen bei allen möglichen ja und vor allem und richtiges also richtige Zehner äh Messer zwischen den Zehnen gehabt haben und wirklich in jeden Zweikampf 100% reingegangen sind und jetzt hatten vier Leute kollektiv den Blackout das Problem für mich an der Situation ist dass er eigentlich am Ende der Salah da gegen den Otto spielen muss das kann eigentlich auch nicht sein finde ich weil ähm da hat die Zuhörung einfach nicht gepasst ich glaube das Problem war ja auch dass der Ballast dann rausgerückt ist nach diesem komischen Ballverlust dann standen da der Ballast das war ein Bullisch sein Ding ja Bullisch und ich glaube die ja wo sie standen da noch rum keiner hat sich so recht für den Flankengeber zuständig gefühlt und dass der Ballast dann rausrückt hat halt einfach den Bräunig eins weitergezogen und ähm dann kommt der Otto angelaufen wir wissen ja ungefähr was er kann äh das hat er super gemacht und äh Salah ist da halt hat er auch geschlafen halt ja und das ja drei vier Fehler hintereinander und schon fängst du eins was hältst du vom Otto-Jubel? mich hat er mega aufgeregt muss ich sagen ähm es ist sein gutes Recht und ich es ist ja ich verstehe das natürlich schon es ist ja auch affig immer zu sagen ja der darf nicht jubeln der darf nicht jubeln aber dass er jetzt da jetzt und er hat sich ja glaube ich schon bei uns wohl gefühlt dass er da jetzt so ausrastet und es waren ja ein Haufen Leute die er kannte auf der Tribüne ist sein gutes recht mich hat er aufgeregt als Fan sage ich jetzt einfach mal so ganz frei von der Leber weg und ähm hat auch nicht nicht gefallen dass Stolz so giftig war gegen alle aber es ist sein Spiel soll er machen naja Prickling finde ich es nett kurze Werbeunterbrechung für einen Dank an unseren Kooperationspartner dem Rebest Fitness Club in Regensburg durch die kleine Krankheit nach dem Bielefeld Auswärtsdesaster meinerseits ähm bin ich ja habe ich ein bisschen abgenommen und überlege mir jetzt auch mal wieder ins Fitness Club zu gehen aber mich treibt ja nur die Sauna an und ähm es hat ja immer noch sehr sommerliche Temperaturen also ähm kann ich euch vermutlich auch noch nicht den Spar schmackhaft machen aber vielleicht kann ich euch immer noch unser 1889 FM ähm ja Rebest Fitness Club Abo ans Herz legen ihr bekommt ein Trikot mit Wunschvlog vom Jahr einen 50 Euro Gutschein für den Fanshop und ihr könnt mit dem Adrian noch einen Sondertarif aushandeln ähm und spart da auch noch mal kräftig mit also ähm da bekommt ihr ein High Class Fitnessstudio ich würde fast sagen mit das Beste in Regensburg für ja einen viel besseren Tarif als wenn ihr reingeht und nicht 1889 FM hört wie ihr dazu kommt äh findet ihr in den Shownotes da könnt ihr per WhatsApp Kontaktformular oder wie früher übers Festnetztelefon einen 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 unverbindlichen Beratungstermin ähm vereinbaren sogar auch mein Probetraining machen also ihr seid nicht sofort im Abo drin und dann schaut es euch an ob es euch gefällt oder nicht und wenn ihr wie gesagt den Scored 1889 auf einem jahren Podcast äh erwähnt dann macht euch das Rebest Fitness Club auch noch einen viel besseren ja Tarif und es gibt halt eben das Zeug noch oben drauf und so einen 50 Euro Gutschein für den Fanshop kann man ja auch mal gebrauchen so jetzt geht es weiter in der Folge das ist das was ich eben gesagt habe so ärgerlich dass es ausgerechnet jetzt dann gegen Sandhausen die erste Liga Niederlage ist aber das war doch auch schon wieder klar ja natürlich war es klar weil und es trennt auch so ein bisschen diese Aufstiegsambitionen weil schon wir haben uns ja bestimmt trotzdem alle irgendwie davon geträumt dass wir dass wir doch besser sind als wir selber einschätzen ich meine wir sind jetzt glaube ich auf Platz 8 ich habe getippt wir blanden auf Platz 8 also ist es auch von mir total Banane dass ich mich jetzt aufrege über diese Niederlage weil wir voll im Soll sind aber man hat dieses Spiel wieder gesehen wir waren eigentlich wieder die bessere Mannschaft und dann wieder diese Ja-Naivität ich habe es im Vorgespräch eben gesagt das kommt mir ein bisschen so vor ich weiß nicht das hat man dann manchmal so in den Vereinen du bist in der A-Jugend bei dir läuft es gerade super und dann kommt so ein Trainingsspiel gegen die alten Herren und alle denken die A-Jugend muss doch die alten Herren wegknallen und dann verlierst du 6 zu 1 weil die halt einfach abgewichster sind und so kommt sich kommt mir unsere Spielweise vor und ich bin mir ziemlich sicher das habe ich ja schon oft gesagt wenn diese Mannschaft drei Jahre zusammenbleibt dann spielen wir da oben mit ja weil die haben alle ein massives Potenzial diese Jungs aber diese Naivität hoffe ich dass wir sie so schnell wie möglich ablegen und eigentlich ist dafür ja auch eine Länderspielpause da und ja das haben wir nicht abgelegt und es ist schlimmer geworden wobei ich jetzt sagen muss gerade Sandhausen hat jetzt da ist es ja am offensichtlichsten gewesen da hat ja der Gegner eigentlich gar nichts für das Spiel gemacht wir sind einzig und allein selber schuld an dieser Niederlage und zwar man kann es natürlich jetzt sehr polemisch formulieren wir haben es schon ein Stürmer ein Torjäger Problem wenn da jetzt einer Stünde der voll im Saft Selbstvertrauen hat Abschluss hat wo eine Quote ist wo jeder zweite dritte Schuss sitzt naja dann gewinnen wir halt das halt 3-1 4-1 das Spiel ja und so einen Spieler haben wir leider halt nicht den haben wir nicht eingekauft weiß nicht ob wir ihn jemals hatten wenn er gegangen ist dann haben wir ihn nicht ersetzt und so ist es halt jetzt so die Situation es hat sich jetzt keiner hervorgetan als eiskalter Killer es sind alles super talentierte Spieler gerade Noah Ganaus vor allem der macht richtig Spaß wenn man dem zuschaut umso trauriger ist es dass er also der hat ja mega gehadert mit sich der war ja wirklich fertig nach dem Spiel gegen Seinhausen also der wusste genau dass er jetzt da eigentlich 2-3 Heisel machen muss aber er ist halt auch erst weiß ich nicht 22 oder 21 ist er und das merkt man halt dann in manchen Situationen und auch der wo sie muss eigentlich auch mal ein bisschen eiskalter da sein Christian Vieth klar der hat sein Tor gemacht aber auch der könnte noch der könnte Unterschiedsspieler sein in der Liga an dieser und reden wir auch über Schönfelder gegen Ingolstadt die Latte der muss drin sein und so auch Cota dieser Ball am langen Pfosten hast du recht das ist niemals so verballern und deswegen ist es ja so ärgerlich diese Niederlage es hängt ja eigentlich nur an dem also gespielt haben sie ja sehr sehr gut finde ich also ich habe es ja mehrfach gesagt am Wochenende es war eigentlich für mich die beste Saisonleistung bis dato ja aber da musst du trotzdem drei Tore schießen wenn du zwei so dumm kassiert hast und deswegen das ist auch nicht so einfach also die Abwehr muss schon deswegen will ich da jetzt gar nicht Seinhausen so stark reden oder irgendwie jetzt als abgewichste Alterntruppe sondern die waren eigentlich schlechter als sowas also die waren in der Abstimmung richtig schlecht die waren auch meines Erachtens konditionell nicht auf der Höhe oft taktisch hat es arg gehapert an manchen Stellen also eigentlich keine Mannschaft vor der man sich groß fürchten müsste deswegen ärgerlich deswegen ist ja das Bittere dass du ja quasi eigentlich einen Fortschritt in der Spielweise siehst aber nicht im Ergebnis und das ist ja auch was Joe Enox dann in der Pressekonferenz gesagt hat ja Ergebnisse sind halt wichtig ja also Prozess hin oder her Fußball ist halt ein Ergebnis ja gut man kann natürlich diskutieren ob das nicht schon auch in unserer Spielweise versteckt ist so wie wir jetzt auch scoren ja also wir betreiben teilweise schon viel Aufwand aber in der Box im Strafraum ist es halt oft mau aber jetzt sagst du was ja die Box ist brutal unterbesetzt das habe ich im letzten Podcast gesagt weil wir mit einer sehr defensive Doppelsex spielen wir opfern mit einer Doppelsex die halt nur verteidigen kann mit Geibl und Bulic einen offensiven Spieler also entweder einen zweiten Stürmer oder sonst irgendwas also und dann musst du eigentlich fast jedes Spiel zu Null spielen damit du irgendwie gewinnen kannst und wenn dann aber Bulic und Ballas sich auf die Füße stehen und dann quasi in der besten Spielphase ja dir das 1 zu 0 reinmurmeln dann ja dann passiert das halt und das darf nicht passieren mit so einer defensiven Doppelsex und Joe Edox hat ja danke auch dass der Max die Frage gestellt hat sonst würden wir es ja nie erfahren auch gesagt dass das Konzept gegen SV Sandhausen war deswegen vielleicht ein bisschen auch offensiveres Feuerwerk dass Bulic mehr nach vorne rückt damit eben Feed nochmal eine Station nach vorne gehen kann damit die Box eben besetzt ist weil auch Kranhaus hatte das Problem immer wenn er angespielt wurde hat er ein bis zwei Leute um sich rum stehen gehabt und das gleiche hatte Hut ja auch Hut wurde teilweise ich habe Duisburg kommentiert in der Halbzeit von drei Leuten gedeckt kein Stürmer der Welt außer Cristiano Ronaldo und Messi können gegen drei Leute ein Tor schießen ist richtig und ich finde Bulic unverzichtbar bei unserem Spiel ja genau das ist ja das Problem was Bulic und Geipel unverzichtbar sind aber da fehlt dann einer vorne waren Bulic und Geipel waren auch mega gut im Umschaltspiel finde ich gegen Sandhausen sie haben sehr viele Bälle erobert und auch Bulic rückt da wirklich weit nach vorne aber dass dann der Feed nochmal in den Strafraum rückt das habe ich eher auch wieder weniger gesehen der fühlt sich dann schon so wohl in diesem Halbraum und das heißt du bräucherst irgendeiner der so ein bisschen mehr Bock hat wenn der Aktivusier zwei, dreimal querlegt und der Ganaus halt einmal drüber haut einmal den Ball verpasst leicht und einmal im Abseits steht dann können 300 Leute nachrücken in den Strafraum und es bringt auch nichts doch es bringt schon was weil dann vielleicht der Abwehrspieler gar nicht mehr am Ganaus steht und dann ohne Druck hat er es ja gegen Diesburg ein bisschen bewiesen ja da hat er ja ein bisschen also da hat er nicht Zeit gehabt aber da war der Gegner nicht an seinem Arsch geklebt da hat er eine Körpertäuschung gemacht und hat dann das Ding reingemacht aber das hat ja gegen St. Hauser hat er nach Mann-Deckung ausgesehen fast und Stürmer hassen Mann-Deckung die brauchen Raum-Deckung um ein bisschen was zu gebieten ja vielleicht haben wir lauter Spieler die nur mit zweiten Sturmspitze spielen können und Joe Ennox wehrt sich mit Händen und Schüßen diese zweite Sturmspitze zu machen ja aber Christian Vieth ist auch wichtig für unser Spiel und er hat auch so zwei Tore gemacht klar vielleicht muss man auch die Außenverteile die Außenstürmer ein bisschen mehr anhalten mal aufs Tor zu schießen und wenn es nur ein schwachen Fuß ist ja wir haben halt auch unsere Parade rechte Seite langsam mittlerweile geopfert für die Lichtsverteidiger Position weil Brian Hain gerade nicht so auf der Höhe ist der Linksverteidiger flucht vom Jahn wenn keiner aus Freiburg da ist haben wir immer nur scheiß Linksverteidiger was ist da los müssen wir wieder einen leihen aber seit eben Saller und Faber getrennt sind auf der Seite und einer davon Linksverteidiger spielen muss ist es halt auch nicht mehr so also die rechte Seite war schon eine Waffe ja also gegen Fährle das schießt nicht jeder von uns das schießt eigentlich bloß der Faber weil der halt einen Antritt hat vielleicht experimentieren wir auch zu viel weil gegen Rot-Weiß ja Furt hat ja Saller und Faber noch auf der rechten Seite zusammengespielt und dann gegen Sandhausen wieder nicht mehr und gegen Ingolstadt auch nicht und davor aber schon vielleicht ist es zu gegen Essen haben sie dann relativ schnell wieder umgestellt das war auch so ein bisschen ein Experiment weil wir irgendwo Entlastung schaffen mussten weil in Essen haben wir eigentlich überhaupt keinen Fuß auf den Boden gekriegt und da mussten wir irgendwie umständlich glaube dann hat er aber auch Farbe hinter gezogen und Saller auf die andere Seite gestellt so weit ich das im Kopf Ja weil Schönfolger musste er wegen der Gelbe raus er war ja vorbelastet nur Geipel hat er sich getraut draufzulassen Geipel auch hier jetzt sehe ich es wie er ist in allen drei Spielen eine gelbe Karte gehabt Klassik Geipel Kennen wir ihn dafür wurde er doch auch gekauft und Naja also ich habe übrigens eine Zweikart also die Gelbmanie hat mich damals schon auch genervt weil wenn du halt jedes sechste Spiel fehlst ist es dann auch nervig Gegen Sandhausen war das das Problem ja dass er relativ früh also in der ersten Halbzeit noch für eine relativ blöde Situation die Gelbe gekriegt hat das war ja so eine Art Schubsen glaube ich gegen Knipping war es bin mir nicht ganz sicher aber Knipping war es denke ich mal da wo dann der Knipping aus der Situation rausgeht ohne große Sanktionen und dann der Geipel die gelbe Karte gekriegt hat also ja und ich glaube Saller hat ja nach 1 Minute 50 die Gelbe gekriegt das ist natürlich auch schwierig ja wenn einer der voraussichtlich 90 Minuten durchspielt auch gelb belastet ist ja dann können wir ja mal über Patrick Alt reden der Kerl ist unsere Seuche am Fuß ich weiß nicht wie viele Spiele wir unter denen hatten 20 oder so bei 3 Siegen also der Kerl ich weiß es nicht wenn der in Dortmund immer so pfeifen würde wie bei uns hätte er schon längst Stadionverbot es gibt doch den einen Schiedsrichter der in Dortmund nicht mehr pfeifen durfte weil das so ein Riesen-Shitstorm war war das nicht sogar der deutsche Ausnahme Schiedsrichter wie hieß er da schnell wieder der dann bei Sky Experte war mein Gott ich kann kein mehr keine Namen merken kann sein bei uns ist das jedenfalls noch nicht so ich fand seine Linie nicht ganz konsequent um das mal jetzt freundlich zu formulieren und also jetzt an ihm lang ist jetzt nicht dass wir verloren haben ja da stimme ich Leuten zu dir das so sagen ja aber du sagst ja selbst wenn du zwei frühe gelbe Karten wobei ich ja finde das hat man gar nicht dann so gemerkt die haben sich ja wirklich im Griff gehabt beide die haben beide trotzdem konsequent weitergespielt und relativ gut durchgezogen hat man wenn ich jetzt gar nicht mehr so groß gemerkt also was mich eher geschreddert ist es gab ich kann es in der Minutenzahl nicht mehr genau sagen es gab eigentlich in der ersten und in der zweiten Halbzeit jeweils so ein, zwei strittige Elfmetersituationen da das hätte ich mal gern nochmal in der Zeitlupe gesehen Baba Grafati hat es auf Liga 3 online leider nicht eingeordnet der ordnet immer nur ganz gern gegen uns aber also einmal glaube ich ging es um einen Foul in der ersten Halbzeit und ich glaube in der zweiten ging es sogar um Handspiel und das hätte ich gern nochmal gesehen gibt es halt jetzt kein VAR mehr in der dritten Liga aber irgendwie hat er alles gegen uns gepfiffen so 50-50 Entscheidungen leider aber klar dass wir verloren haben lag schon auch an uns selber da will ich jetzt den halt nicht einschärzen da muss man mal eine Lanze brechen für den Schiedsrichter der bei gegen FC Ingolstadt gepfiffen hat im Totepokal dafür das Totepokal war eine unfassbar gute Schiedsrichterleistung fand ich ja nur damit es nicht heißt wir sind nicht nur kritisch was das angeht genau bei Erfurt wäre mir jetzt nichts aufgefallen beim Schiedsrichter ich glaube da du wechselst immer Erfurt und Essen Essen ja bei RWE steht ja nur da das sind diese frühere Drittliga Traumata von dir so Erfurt oh Gott die werden uns zerstören ja Erfurt habe ich tatsächlich glaube ich eine positive Bilanz aber ich wurde halt in Erfurt immer echt krass am Kommentatorenstand angegangen also da hätte man uns auch echt mal in Security zur Seite stellen müssen die aber anderes Thema ja keine Ahnung also was machen wir jetzt damit also wie würdest du jetzt dann weiter experimentieren würdest du mit der Sandhausen Aufstellung weitermachen oder würdest du sagen ja keine Ahnung vielleicht dann doch wieder Grote rein anstatt Diabosi oder Schönfelder auf rechts ziehen damit halt mal vielleicht ein Linksfuß da ist und schießen kann gibt ja noch so einige Sachen oder halt Doppelspitze wird ja immer wieder gefordert diese Doppelspitze na gut kluge Beobachter sagen ja dass Vietja und Gana eigentlich so eine Art Doppelspitze waren nur in verschiedenen Rollen wieder man darf sich da nicht so sehr von der Nummer täuschen lassen auch wenn der Viet die Nummer 10 hat hat er natürlich schon auch offensiv sehr viel gebracht und du siehst ja was passiert ist als Hottmann eingewechselt wurde das hat gegen Duisburg super hingehauen mit Ganaus jetzt dann eher nicht auch Hottmann und Hut haben ja dann später zusammengespielt die letzten 10-15 Minuten und ich hab's ja vorhin schon gesagt das hat uns ja eher irgendwie ein bisschen Offensivpower gekostet weil wir dann nicht mehr so mit Geschwindigkeit gekommen sind nach nach Umschaltmomenten sondern wir haben da eigentlich ja nur noch auf hohe Bälle vorne reingeholzt und dafür haben wir auch leider nicht so richtig die Typen gehabt gegen diese Riesenkanten in der Innenverteidigung von Sandhausen also das war unser Spiel dann eigentlich gar nicht mehr so unser Spiel war besser als wir wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben insofern weiß ich nicht würde ich würde ich jetzt schon sagen die die erste Halbzeit von Sandhausen darauf kann man auf jeden Fall aufbauen ja warum nicht nochmal so probieren da hat eigentlich ein Rädchen bei uns ins andere gegriffen bis auf das 1 zu 0 aber auch sonst hat ja Sandhausen jetzt nicht mega viele Chancen gehabt also die hatten ja ungefähr drei Torschüsse in der ersten Halbzeit und ich bin da schon einer der der sagt trust the process lass die doch nochmal zusammenspielen gerne also vielleicht sollte man auch langsam mal quasi eine Startsformation finden weil die Mannschaft ist halt nicht eingespielt und es wird nicht besser wenn du bis zum 20. Spieltag vielleicht drum experimentierst ausgeschaut taktisch ich kann mich mit Aue nicht wirklich aus ich kenne die einzelnen Spieler schon ein bisschen klar aber was da jetzt dagegen die optimal wäre vielleicht ist da wieder eine andere Aufstellung angezeigt ja aber ich finde schon dass die die jetzt am Platz standen sind glaube ich unsere stärksten elf vor am stärksten elf gewesen wir haben natürlich 15-16 gleichwertige Typen die die man schon reinwerfen kann aber jetzt ein Brian Hain fällt gerade ein bisschen ab und auch ein Elias Huth braucht er mal eine Pause vielleicht und deswegen die 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 Viererkette hinten stellt sich eh von selber aufgefühlt die die zwei davor auch Eisenhuth ist noch nicht so eine richtige gleichwertige Alternative der hat zwar seine Momente aber jetzt gegen Essen hat er nicht viel gezeigt finde ich so gerne ich ihn mag und er ist auch ein Standardspezialist das das kann er dann auch mal einbringen vielleicht als Einwechselspieler eher ja das einzige was ist vielleicht wirklich eine Doppelspitze nochmal probieren statt Stadfied Fied hat ja jetzt aber er ist halt ein Riesenloch in der Mitte da muss da muss Geipel und Pulitz schon ein bisschen mehr die Räume zulaufen noch mehr als jetzt schon das können sie ja meinst du ja ich hoffe ja weil ich meine ich bin ja ein Riesenbulitz Fan aber ob Geipel das auf seine alten Tage noch lernt den Spielmacher zu machen äh bezweifle ich so ein bisschen vielleicht haben wir auch auf der 6 nicht so gerade die Tiefe weil Geipel Pulitz dann fällt mir noch Eisenhut ein als Ersatz klar wir haben noch Fied der das auch spielen kann aber dann fehlt er wieder an der Position also vielleicht ist unsere Kadertiefe jetzt noch nicht so groß dass man sagen kann wir sind auf jeder Position doppelt besetzt das sind wir wohl wirklich nicht allein Linksverteidiger Position ist ja eigentlich Saller eine Aushilfsoption und ähm wir haben ja eigentlich auch gefühlt nur drei Stürmer so mit mit Graf äh der wäre ja so der vierte Nominelle der ist ja eigentlich eher im Außen jetzt immer gekommen die letzten Male als eingewechselt wurde also ja also könnte vielleicht noch sogar äh Potenzial für Nachbeflüchtungen sein aber wir haben ja unseren Kader bewusst schlank gehalten um jedem irgendwie auch heiß zu halten um keine Leute unzufrieden zu stellen also die die nächsten Spiele bis zur Winterpause werden schon zeigen wo die wo wir da ob wir da falsch schlagen oder Bayer-Lords da falsch schlag er ist ja dafür verantwortlich und ja ich glaube eher der Oktober zeigt schon weil das sind halt sechs Spiele jetzt in einem Monat es ist mal wieder der Oktober der Wahrheit ich glaube letztes Jahr war es der November der Wahrheit wenn mich nicht alles täuscht war mal ein Sonnengstitel an der Saison würde ich nicht denken an der Hinsicht weil wir haben ja vollkommen verkackt diesen Wahl wir haben alle gesagt ah der hat die Wahrheit die Wahrheit und dann haben wir mega verkackt einfach und haben die Wahrheit da nicht akzeptieren wollen das war ja dann noch schlimmer ähm ja ich bin ich bin auch ein bisschen ratlos weil mir gefällt mir gefällt das alles schon recht gut auch die Saison und wie unsere Außen sind halt einfach Bombe hilft ja aber nichts wenn eben die Box nicht vernünftig besetzt ist also da fehlt noch so ein bisschen mir der taktische Kniff und ich hoffe die machen Überstunden ohne Ende Videoschulung und was weiß ich nicht alles und finden diesen kleinen Strohhalm und ich glaube was du im Training vielleicht auch ein bisschen machen müsstest wäre mehr auf Ballbesitz ähm trainieren weil ich war jetzt nicht dieses Jahr im Training und so aber wenn ich mir die Trainingsvideos anschaue wenn ich mit Max rede und wenn ich mir das so ein bisschen gefühlig herhole dann ist halt unsere Trainingsformen sind halt schon immer auf sehr viel Powerplay Fußball ausgelegt und die Gegner wissen das auch mittlerweile wir hatten glaube ich 70% Ballbesitz teilweise gegen Sandhausen und die haben dann keine Angst mehr gegen uns also manche Gegner fühlt es sich auch an Ingolstadt hat glaube ich uns einfach immer mal mit Absicht den Ball hingelupft so macht mal was ja wobei jetzt eigentlich unser Ballbesitz relativ niedrig war vor dem Sandhausen Spiel sag ich ja da sehen wir aber immer besser aus wenn wir ganz wenig Ballbesitz haben dann sehen wir eigentlich ergebnistechnisch immer besser aus als mit viel Ballbesitz so ist halt so ist halt eigentlich unser Kader auch die Architektur klar aber wenn du halt keine Ahnung in 60% der Spieler als Favorit reingehst kannst du ja nicht immer nur auf das Konter ausgelegt sein da musst du ja auch ein Konzept im Ballbesitz haben weil die Leute überlassen dir ja den Ball das ist richtig ich glaube auch dass wir das schon auch haben irgendwo ja allerdings sind unsere Spieletypen schon ich sag jetzt mal Geipel, Bullic auch die Außen schon eher auf Umschaltspiele ausgelegt Feed müsste halt so ein bisschen mehr Ballkontrolle ein bisschen mehr Coolness ausstrahlen aber einer allein reißt da nicht aus das muss man schon im Kollektiv schaffen ich denke dass wir uns da im Laufe der Saison Optionen überlegen aber ich glaube das ist ein übernächster Entwicklungsschritt meinst du denke ich auch fast also vertagen wir das doch sogar vielleicht erst nächste Saison also mal schauen also wenn die Jungs auch bleiben sollten dann kann man vielleicht den Schritt angehen aber jetzt also wichtig war ja auch erstmal in die Saison reinzukommen und halbwegs stabil zu sein das haben wir geschafft und ich behaupte auch nach dem Sondrausenspiel wir sind immer noch stabil jetzt zeigt sich wie wir mit Niederlagen umgehen psychisch ja natürlich wenn jetzt Garnhaus zerbricht und in Depressionen verfällt dann schwierig wenn die jetzt das einfach wegschütteln kommt Hut rein und bombt ich komme mir fast schon lächerlich vor wenn ich das so euphorisch sag oder Hotman aber nee Spaß beiseite also ich glaube schon dass das die Leute gut einordnen können aber du musst natürlich auch weiter Punkte sammeln jetzt das siehst ja wir haben ja vorhin die Tabelle angesprochen wir sind auf Platz 10 es sind ungefähr 5 Leute auf 5 mal Vereine auf Platz 10 dann sind 4 auf 9 Punkte nur Duisburg ist abgeschlagen meine ich also und oben ist eigentlich nur Dresden und Aue und Ulm so ein bisschen dazwischen und alle anderen haben ab 11 10 genauso gut ist es natürlich so wenn du auf Platz 15 sind die mit 7 Punkten wenn du einmal zweimal verlierst dann bist du halt auch unten drin also das ist dritte Liga und insofern ist ja noch nichts in den Brunnen gefallen mit dieser Tabellenkonstellation aber wir müssen natürlich schon konstant weiter punkten ja du nimmst immer so ein Endfazit jetzt kommen auch die Hochkaräter jetzt kommt aber tatsächlich finde ich so ein richtig schöner ausgeglichener Spielplan finde ich also ein guter ein schlagbarer ein guter ein schlagbarer Gegner ich hoffe das spielt uns mehr in die Karten weil ich glaube dass wir letztes Jahr auch so ein bisschen abgestiegen sind weil wir auf einmal 8 unschlagbare Gegner vor der Nase hatten und die uns alle auf den Sack gegeben haben in dieser dritten Liga ist niemand unschlagbar ich tue gleich 5 Euro ins Frasen ja genau also Aue hat gegen Dresden schon auch echt schlecht gespielt aber ich meine gegen Dresden schlecht spielen ist jetzt auch nichts verwerfliches sie haben los und Anfangszeichen 2-1 verloren also klar Dresden scheint schon gefestigt zu sein hat natürlich auch damit zu tun dass dieses Team fast nicht verändert wurde Dresden und da schon gut war letzte Saison und natürlich von den Namen her auch hochgerüstet ist aber auch die kriegen vielleicht einmal einen Knick und also ich sehe uns jetzt da nicht in der Position dass wir sagen müssten oh Gott jetzt gegen die müssen wir froh sein dass wir da jetzt irgendwie was holen sondern wir können eigentlich jedes Spiel schon so angehen dass wir sagen also why not drei Punkte ja und so würde ich diesen Oktober wie auch immer er dann heißt der irgendwas des irgendwas einfach mal angehen Oktober des Arschleckens wobei ich sagen würde jetzt schon die nächsten drei Sachen schon auch anspruchsvoll sind Aue Mannheim Ingolstadt das ist schon obere Hälfte für mich dritte Liga es tut mir leid ich kann Mannheim irgendwie trotzdem nicht so ernst nehmen während die drei anderen dann Lübeck Halle Münster zwei davon sind Aufsteiger ihr unteres Regal sind aber trotzdem so weit also viel trennt die ja nicht und so weit auseinander sind die nicht also ja aber es geht Schlag auf Schlag und ich hoffe dass die Jungs das abschütteln können gegen Seinhausen aber es war ja auch keine Übermannschaft die uns da komplett zerlegt hat sondern wir haben uns eigentlich selbst geschlagen das tröstet mich immer noch ja hat uns Anfang letzter Saison auch ab und zu getröstet aber ich möchte nicht zu sehr immer darauf rumleiten anderer Punkt knapp 7000 Zuschauer gegen Sandhausen findest du es eigentlich eine gute Zahl oder hast du gedacht ja 7000 ist ja nichts mehr wir haben noch vor 10.000 gespielt ja 7000 also hat mich schon ein bisschen enttäuscht also 8 wäre okay gewesen fände ich aber vielleicht sind es eben diese Effekte dass jetzt langsam der Herbst beginnt Leute machen andere Dinge Leute denken sich am Samstag okay was mache ich jetzt sondern keine Ahnung renovieren was oder so keine Ahnung oder den Jahren gegen Sandhausen vielleicht nichts daran aber Sandhausen hat natürlich auch in der 2. Liga schon gar nicht so richtig gezogen obwohl naja gut für die 3. Liga ist halt ein Spitzenspiel man sieht natürlich vom Namen her sah man Spieler die auch 2. Liga Niveau haben bei Sandhausen also mich hat es schon ein bisschen gewundert muss ich sagen dass bloß 7000 ich hätte ja jetzt schon 8 erwartet vorher angesagt waren ja 7.5 insofern hätte ich gedacht vielleicht geht es eher Richtung 8 mehr aber hätte ich auch nicht erwartet also das wäre utopisch gewesen ja der Hille im Jahr in Underground hat er geschrieben er ist total beeindruckt 7000 gegen Sandhausen vor der 2. Liga Saison hätte man noch vor 4.500 maximal gespielt gegen Sandhausen ja mag er recht haben das stimmt schon also vielleicht sind wir da auch vielleicht sehen wir das gar nicht mehr weil das ist jetzt so ein eher langfristiger Prozess weil es waren jetzt noch ein paar Jahre wo wir zur letzten Liga gespielt haben ich erinnere mich auch noch an die Zeiten also es ging in Großasbach im Februar im Nebel da kam auch 3.5 bloß ja aber da war das alte jahresstadion schon fast ausverkauft ne ich meinte das war da noch schon und da gab es auch Drittligaspiele viele die die unter 7000 waren also die meisten eigentlich und klar also wir haben da schon schon ein bisschen mehr dazu gewonnen aber muss ja jetzt auch nicht zufrieden sein also vor allem nach der Saisonstart war ziemlich stark von uns was den Zuschauer angeht da dachte ich wäre vielleicht noch was hängen geblieben gerade auch weil es war jetzt kein schlechtes Wetter es war es ist ja nicht kalt im Stadion gewesen also wer das Jahnstadion kennt an tristen Wintertagen der weiß wie kalt es da werden kann teilweise und da bin ich mal gespannt wie es sich in den nächsten Wochen weiterentwickelt also mal sehen ja also ich finde es auch dass es eigentlich schon man muss auch da mal die erfreuliche Entwicklung sehen aber ich glaube schon dass jetzt so ein bisschen der dritte Ligaalltag eingekert ist bei den Leuten am Anfang war es ja krasse Euphorie neue Mannschaft ich meine es war glaube ich noch nie so viel auf dem Trainingsgelände im Kaulbachweg und jetzt spätestens mit dem Sandhausenspiel sind wir glaube ich in der Realität dritte Liga angekommen ja aber das ist doch eigentlich ganz gut also wer hätte denn gedacht wie es läuft also dass die erste Niederlage am siebten Spieltag kommt das hätte ich nicht gedacht ehrlich gesagt klar nennt mich Schönredner und bla 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 aber eine Niederlage in den ersten sieben Spielen ist ja irgendwo drin also was mich fast eher da noch ärgert sind diese vielen Unentschieden die wir hatten wir haben erst zwei Spiele gewonnen das ist ja eigentlich das punktemäßig dann was nerviger ist dass man nicht mal einen Dreier hat wo man dann mal auch wirklich klettert in der Tabelle Christian Keller hat ja auch gesagt er hasst diese Unentschieden lieber verliert er einmal und gewinnt zweimal und da hat er natürlich recht ja aber der große CK hat immer recht aber das ist eher das was mich stört und deswegen bin ich mal sehr gespannt was das in Zukunft bringt ja also mir gehen jetzt auch so ein bisschen die Gesprächsthemen aus tatsächlich ich finde so spektakulärs war es halt einfach die letzten drei Spiele nicht natürlich war dieses Elfmeterschießen vor allem für mich emotional belastend aber finde ich ja gut dass das eigentlich relativ schnell die Wiedergutmachung an selber Stelle auch noch kommt ich hoffe auch dass da viele mitfahren werden auch wenn es Sonntagabend ist weil ich das im Kopf habe Wahlabend das auch noch aber da haben wir ja die Wahlörale schon zu um 19.30 hoffe ich dass da irgendwo viele mitfahren und die Revanche auch gewinnt dass wir die Revanche schaffen das fand ich eben auch so bitter ja keine Ahnung und das war aber vielleicht auch so ein bisschen Arroganzanfall der uns dann auf die Füße gefallen ist mit also ich habe schon öfter Witze drüber gemacht wie lächerlich auch dieser Ingolstadtblock ausgesehen hat also ich meine die haben ja überhaupt nicht mobilisiert zu diesem Spiel da waren ja gefühlt nur 50 Leute in dem Heimblock und dass sie dann auch noch gewinnen und dann dass auch noch die Elfmeterschießen aus denen ihr Block stattfindet das hat wieder alles so zu diesem Jahnpech gepasst ja gut aber das ist Pokal und es ist ja nicht utopisch gewesen dass es genau so kommt nein du bist da ja auch nüchterner als ich bin ja da emotionaler ja natürlich in meinen Glückskeksen steht ja auch immer sie sterben einen qualvollen Tod natürlich ist es zum Kotzen so wie es gekommen ist andererseits hat mich hat mich das gar nicht so getroffen weil es weil du es nicht angeschaut hast weil du nicht da warst weil es der hunderttausendste Elfmeter war und du hast ein Spiel mit 90 Minuten dann kommt direkt Elfmeterschießen da ist der Modus ja schon mal ein bisschen strange und dann verlierst du halt immer mit der Schießen vielleicht mal ja aber mich wird es mich wird es mehr also im Gesamt nehme ich diese Niederlage würde ich sie in Kauf nehmen wenn man jetzt dann in der Liga gewinnen würde gegen Neustadt ja wir sollten ein paar Kerzen im Dom anzünden dafür und 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 keine Ahnung ich habe fest mit dem DFB-Pokal gerechnet ich will den DFB-Pokal nächstes Jahr rein aber ich hatte wenn wir jetzt weitergekommen wären wären wir doch eh gegen keine Ahnung Elatisten dann ausgeschieden bestimmt oder so dann hätten wir auch wieder im Podcast rumgeheult wie die also aber ich vermisse ich vermisse es auf der Bierbank in Elatisten zu hocken und Turmfunk zu machen tja kann man nichts machen dagegen nächstes Jahr nächstes Jahr ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal nach Aue und ich würde es der Mannschaft sehr übel nehmen wenn ich dann wieder auf der Rückfahrt in den Medienbus drin hocken muss und mir anhören muss die weil da sind ja auch 90% Schönredner in diesem Bus drin warum man aus dieser Niederlage doch noch was Tolles nehmen kann während ich mal der Einzige bin der Mords angepisst ist bei jedem Scheiß so wie hier im Podcast ich hoffe ich habe nicht zu viel gegrantelt Leute aber ihr wisst ja ich bin ein ziemlich schlechter Verlierer aber eigentlich darf ich nicht böse sein weil wir sind ja total im Soll weil ich habe ja gesagt Achterplatz wert aber das ärgert mich ja jetzt weil ich ja davon ausgegangen bin Totopokal gewinnen wir also muss ich meine Prognose revidieren ich will Vierter werden also ich will in diesen Scheiß DFB-Pokal nächstes Jahr rein allein schon wegen der Kohle und natürlich weil ich auch mal keine Ahnung ich will auch mal in Schalke oder nee in Schalke haben wir schon aber da habe ich nicht kommentiert aber ich will auch mal hier in Bayern in München in der Allianz Arena mit dem Jan spielen und auch nur aus monetären Gründen weil die Hälfte von 70.000 Zuschauereinnahmen würde unsere unsere Bilanz glaube ich verdoppeln ja wäre schon geil hoffe das Team hört zu und reiß dir den Arsch auf ja und die werden sagen aber in meinem Vertrag steht drin nur 2000 Euro Siegprämie warum soll ich mir da den Arsch aufreißen ja ja ich hoffe auch das Team hört zu aber ich glaube viel Podcast hören sie nicht also sie kriegen glaube ich alles mit was wir so über Instagram treiben weil das sehe ich ja regelmäßig wer meine Storys und so anschaut aber Podcast glaube ich das hört sich nur an die Gapel bei einer halben äh auf dem Balkon an Prost Prost danke fürs Zuhören ähm ja heute mal ein bisschen knackigere Folge aber wie gesagt so viel gab es halt nicht aber im Oktober der Wahrheit da gibt es einiges zu bereden bleibt dran und wenn ihr mehr quatschen wollt einfach in Discord kommen und wilde Theorien aufstellen Servus habe die Erde so und jetzt noch ein kleiner Schwank aus meinem Leben und Unterstützer Dank wenn es euch äh nicht interessiert dann schaltet jetzt ab und ansonsten muss ich sagen ich habe euch ein bisschen ja angeködert mit einer Sonderfolge und habe dann gemerkt scheiße es geht gar nicht die äh ja das Medienteam fährt schon am Freitag los ich muss noch Flyer austragen für den Wahlkampf äh da habe ich mich mal wieder ein bisschen übernommen aber die Sonderfolge kommt noch ich hoffe noch im Oktober aber da haben wir jetzt erst mal die englische Woche also ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster aber danke dass ihr ähm fleißig unterstützt habt ähm ich werde es nicht vergessen ähm da ja irgendwas Special noch rauszubekommen und selbst der Thomas ähm der Thomas Süß vom Podcast und vom Turmfunk jetzt hat äh überwiesen das äh erbt mich sehr das zeigt natürlich auch dass selbst die die ja selbst so viel Freizeit opfern äh dieses Projekt unterstützen und du hast geschrieben Schutzgeld für 1889fm witzige Anekdote hab ich ich hab auch mal sowas ähnliches ähm einen Kumpel äh überwiesen meine Schulden und dann hab mich die Sparkassenberaterin angerufen und zusammengeschimpft warum ich da so einen Scheiß reinschreibe und sie hat jetzt voll den Stress äh das quasi wieder rauszubuchen ähm und ja ich glaub ähm da sind wir aber jetzt halt nicht mehr ganz so empfindlich früher war das ja mit Terrorgefahr anders dann noch der Ralf Werner mit Gruß aus Köln und einem Dauerauftrag danke äh Ralf Paul und Sonja aus Vilshofen meine Lebensversicherung äh die 1889fm Engel danke für wieder für eure äh tagkräftige Unterstützung der Christoph schreibt äh danke dass du den Podcast machst ich freu mich immer sehr über jede neue Folge das freut mich natürlich auch und der Thomas 93 aus dem Discord dankeschön für den 1889fm Podcast und den Discord Sonderprämie zur neuen Saison merci 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 ich hoffe ich hab keinen vergessen auch natürlich alle Steady Abonnenten wenn ihr mal einen Gruß loswerden lasst in Steady einlocken und da kommt könnt ihr dann eine Nachricht verfassen und dann lese ich die natürlich auch vor ihr dürft ja ja ihr geht immer ein bisschen unter obwohl ihr ähm ja sogar monatlich dann eben so ein Abo zahlt und das immer fest eingeplant ist in meiner Finanzplanung deswegen auch nochmal explizit an alle Steady Abonnenten ein herzliches Dank und ja bei der nächsten Folge dann hoffentlich mit neun Punkten im Gepäck Servus ern